die 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 eigentlich alles das ist das selbe Zeug. Sie meinen ja so, sie werden eh die Einzigen sein, ne? Darf ich gerade einmal in der Hand haben? Das habe ich noch nie in der Hand. Pack da aber wieder rein was. Wie sieht das aus? Ja. Sieht irgendwie so vergammelt aus, ne? Wenn du Ahnung hast, weißt du, das ist derber Shit, Alter. Echt? Ja. Das ist richtig geile Quali, Alter. Echt? Das ist gut. Du musst immer darauf achten, Tim, hast du auch? Weißt du, was alles gut ist? Fakt, Tim. Erzähl. Haarig ist gut, wenn da so kleine Haare drauf sind. Haarig ist gut. Haarig ist gut, wenn es so viel klebt an den Fingern. Es ist gut, wenn da irgendwie orange Spuren drin sind. Es ist gut, wenn das wirklich kleuse sind, wenn das Klos sind, weißt du? Ja. Nicht so klein schalten. Und das Klumpen sind auch gut. Ich hab keine Scherden mehr. Ich hab keine Spuren drin. Ich hab keine Scherden mehr. Weil ich weiß, dass ich nicht ein Filter drin bin. Ich hab keine Scherden mehr. Genau, das hoardisch. Man hat doch, ich hab� Hola要 erlebt. Ich hab aber auch verf lugar的话. Ich hab keine Ahnung Done. auch das mehr oder mehr die 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 Das kann man auch noch nicht machen. Nicht schlecht. Haben wir gut gebraucht. Schnell mal. Schnell mal. Schnell mal. Schnell mal. Schnell mal. Schnell mal. Ich rufe zu etwas. Entscheidung Kung-Kaiik. Kommen. Ich glaube ich. Das stimmt. Das stimmt. Er hatte sich wollte und null. Auf das was. Das Äußer man sich schon schlecht. Das macht ihnen nicht mehr zu hören. Er hatte sich viel zu Parameter Panel. in der wunderschöne und alle mit dem der und ich habe echt überhaupt keine Angst dass sie jetzt kommen und dann sich zu decken hm? Lehrer ich habe keine Ahnung echt jetzt? ich bin zu dumm warum eigentlich? warum eigentlich? warum eigentlich? aber Essen ist halb neun oder was? also bis acht PEN nee bis zehn PEN nee aber bis um halb zehn fangen wir erst an oder wie? Alter fangen wir an um halb zehn also bis neun PEN also bis neun PEN geil gehst du mir auch noch zu spüren? ja warte gestern hab ich ja nicht dein Ex benutzt darf ich das heute benutzen? was? dein Ex? hab ich gestern ja nicht benutzt weil ich gestern nicht duschen war darf ich das heute benutzen? ja cool danke man das versteht das? dk braun einer ja ok 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 so mein Name ist in jedem Fall die Schilder der Berge die Bestandteile die Betriebscheidung ja noch so an die Schwarzbitte aber jetzt mal die Geschmack nicht mehr die Darin war die 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 Ja, mein Mann. Halt mal. Was ist das? Ja. 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 Alex hat nur mit dem Köln. Ich habe auch noch einen Köln. Ja. 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 Du? Du? Ob Lehrer oder irgendwelche... Ja, die hat jetzt Martin gedreht. Ja, die hat jetzt Martin gedreht. Ja, die hat jetzt Martin gedreht. Martin, die gedreht? Ja, wir drehen mal zusammen. Oh, Jani. Oh, Jani, du... Ja. Ich war kein schlechtes Gewissen, ne? Nein. Doch. Heute ist nur Film, weil ich die ganze Zeit einen Film mache. Ehrlich? Tatsächlich. Tatsächlich. So, wir helfen hier ein. Ihr spaßen und ihr könnt zugucken. Entschuldigung, wir spaßen. Ja, dann schließe ich mich auch an. Ja, dann schließe ich mich auch an. Ja ...